Hey Freunde, ich freu mir. Gleichs nächste. Jo. Ja, wie? Geht es noch nicht? Oder bin ich... Ja, okay. Ich hab's ja verstanden. Wo kriegen wir die Füßchen her, verdammt? Nicht hier irgendwo? Äh, was? Nein! Kann der mich fressen? Ja, kann er. Aber ich kann dem ja nicht die Beinchen klauen. Oder soll ich den damit irgendwie bewerfen? Aha. Hm. Keine Ahnung, was dem das jetzt getan hat. Aber ich krapsel mal hier hoch. Und dann kommen wir weiter. Aha. Und dann können wir irgendwo die Beine für unseren Kollegen suchen. Verstehe. Die Beine für unseren Kollegen. Huch! Hilfe! Aha! Schnappt das Ding mich? Hm. Gehen wir mal weiter. Sieht nicht so aus. Nein, wir gehen nicht weiter. Okay. Ah! Ähm. Ah! Boah! Boah, das kann aber klein sein, hey. Uiuiui. Ist das hier da? Ne. Das hier. Ne. Ich geh mal wieder ein bisschen nach unten. Nicht so weit. Ah! Hier steckt noch eins. Gut, 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 gut. So. Wo ist das letzte? Da. War das? Halt. Oder war das nur eine Textur da oben? Ich klicke jetzt mal ein bisschen. Durch die Gegend. Ne, es war nur eine Textur. Okay. Das hier auch. Das hier auch. Dann gehen wir mal wieder nach unten. Wahrscheinlich habe ich es dort übersehen, als ich noch nicht wusste, was ich genau suchen muss. Wie es am Ende aussieht. Ich geh mal nach da drüben. So. Ich könnte auch hier rüber gehen. Ne, könnte ich nicht. Ah, ist das hier? Ne, der gehört schon zu ihm. Ähm. Ähm. Ab jetzt könnten die Kommentare losgehen, ey, du hast dein Bein übersehen. Tja. Ein Bein. To go. Bitte. Ja. Ein Bein. Huch. Kann ich da reinspringen? Ne. Okay. Dann suchen wir doch nochmal oben. Ich werde doch wohl das Bein finden. Oder muss ich da doch weiter? Aber wie komme ich da weiter bei dem Vieh? Äh. Äh, ja. Ich, äh, wie ist es nicht? Wo ist das denn? Konzentration, Konzentration. Kann ich da weiter? Nö, ne? Nö. Doof. Halt! Hey, du! Nein! Mann. Gut, aber das Bein hier sieht nicht aus, als wäre es am Körper, aber okay. Ah! Mir hat einfach noch ein Minigame gefehlt. Na dann. Aber sowas wird ja alles im Spiel nicht erklärt. Man muss da selber seinen Weg hinfinden nach Level 1. Das ist auch der Grund, warum ich zwischendurch nicht so viel geredet habe, denn, ähm, ich wollte lieber mehr nachdenken. Müsst ihr schon nicht so lange warten. Wahrscheinlich habt ihr es eh schon zehnmal durchgespielt mit zwei, ja, im zarten Alter von zwei Wochen. Von daher. Alles kein Problem. Ja, ja. So, unten müssten noch ein paar Kameraden sein. Von der Sorte. Ist das ja... Ne, doch. Halt, komm, weiter, komm. 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 Ich nenne ihn Rudolf. Nein, das ist zu weihnachtlich. Halt, komm. 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 Runter. Noch zwei. Na gut, okay, das war der Typisch selber. Ähm. Ich geh, halt. So, jetzt haben wir mal wieder die Situation, dass ich noch einen brauch. Den ich finde. Da waren wir schon an der Ecke. Müssen wir doch hier mit noch irgendwas machen. Hier ist doch nichts mehr. Schönes Vogelgezwitscher übrigens im Hintergrund. Ja, und im Vordergrund sollte irgendwo noch so ein Viech sein. Viecher, komm raus. Ja, jetzt decken wir wieder die Aufgaben ein hier. Komm. Der giltet nicht. Das hatten wir schon. Äh. Geht der? Nein, ich will hier rüber. Wenn das hier ist, ist einer von der Sorte. Ah. Oh. Ich. Hey. Hallo. Nee. Nee, das... Komm, jetzt geh mal hier runter. Komm. Weiter. Traut er sich ja nicht wegen dem? Na, hier will er nicht weiter. Okay. Kann ich ja links? Nee, ne? Nee. Nee, er will da nicht weiter. Das habe ich jetzt... Verstanden. Aber wo geht es weiter? Nein, ich drücke nicht auf dieses Fragezeichen. So. Ah. Alter. Der war schon mies. Okay. Ja, gut. Wie? Hä? Was? Was? Ah. Hä? Was? Gutes Bonbon ist, dass es falsch ist. Bitte? Ich klicke da, ich klicke da. Ja, jetzt klicke ich da, oder nicht? Nö. Okay. Hä? Du? Vor allem, warum blinkt der hier nur auf einer Seite und da auf beiden, hä? Ja? Ja. Bling, 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 klicke ich da, passiert nichts. Äh. Oder ist er der Anzeiger? Also wenn der sich so hoch ist, ist es dann das ja. Wenn ich was falsch mache, dann zeigen sie mir das aber auch nicht richtig an. Nö, 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 nö. Da haben die keinen Bock drauf. Okay. 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 Dann zeigen sie es mir, wenn man nichts falsch macht, ne? Ja. Ach so. Wenn ich wüsste, was der mir damit sagen will. Ah, dass er den hier. Oder wie? What? Hey, warum war das jetzt falsch? What? Hä? Muss ich jetzt warten? Ja. Ja. What? Bitch. First. First. Warum? Ich raff's nicht. Zack. Yeah. Ja. Ja. Ach, ich sollte danach gar nichts mehr machen. Ja, ich dachte, ich muss da einen finden, der dann da so... Ja, sag's doch. Nee. Ach, jetzt muss ich das nächste Muster machen. Ja, sag das doch mal einer. Jetzt kommt das nächste, oder wie? So, jetzt pass mal auf. Hey. Okay. Nein. Da. Glaube ich. Nein. Jetzt macht's Sinn. Mhm. Dü-dü-dü. Kann ich jetzt... Was? Musst du immer drauf warten. Okay, gut, gut, gut. Jetzt kommt das nächste. Dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wupp, wupp, wupp. Am längsten dauert's tatsächlich, bis man mal verstanden hat, wie man das überhaupt machen soll. So. Das Beinchen haben wir, dann laufen wir rüber. Nee. Musst ja nur draufklicken. Oder wie? Nee, ich lauf dann doch mal wieder hin. Woher soll denn das einer wissen, der nie Rätselspiele spielt? Was das da bedeuten soll. Ich hab gedacht, der zeigt mir an, wo ich hinklicken muss. So mit diesem Panzer da. Und ich muss dann einen finden, der dazu passt, zu dieser Bewegung. Oder irgendwie so. Hab ich gedacht. So. Der hat seine Beinchen wieder, der Kollege. Das braucht doch was zum futtern oder wie. Zack. Zack. Nein, ey. Jetzt müssen wir mal hochgucken. Lauf, lauf, mein Freund. Mit Malfruss und Marienkäfer in der Wohnung, als kleines Kind hab ich mich voll gefreut. Fällt mir gerade wieder ein. Gute Marienkäfer. Hat bestimmt die Krise gekriegt. Wenn einer immer hinter ihm herlatscht. Hehehe. Ah.